so und weiter geht's herzlich willkommen zurück zu no man's sky wieder einer neuen folge im oder beziehungsweise nach dem foundation update so ich mache mal nahtlos weiter ich glaube ich hatte ja schon alles gefunden soweit na also den ganzen krempel mit gag amulett das sind ja die sachen die wir ja behalten sollen und ich habe mir die maus noch ein bisschen nervös warte mal ich würde das mal eben kurz umstellen sensibilität flug bewegen immer immer auf 35 und hier mal auf 40 maus glättung mal schauen wir mal so ja warte mal ich gucke mal eben was wir noch an material haben im eridium hatten wir da ja 500er stack plutonium hatten wir auch schon da sehr gut dann können wir auch gleich die kiste reparieren und ich würde mal sagen die führung des atlas nehmen wir werden frei erkunden weil letztendlich wird uns das ja sowieso immer angeboten dass wir entweder dem atlas folgen oder eben ja oder diversen anderen sachen also es ist wir bekommen das früher oder später sowieso angezeigt von daher passt das schon so und dann würde ich doch mal sagen reparieren mal ganzen schweigen obwohl uns fehlt ja noch eisen 82 mal eisen dann machen wir erstmal ein bisschen platz in dem wir dem impulsantrieb an ebwohner komischen eisen ein problem das sollte wirklich das kleinste problem sein hier irgendwo eisen zu kriegen oder ist noch technologie immer noch mal mit paparababa oder nicht oder doch ane ich habe ich schon mal okay ein wenig eisen gleich mal den bergbaustrahl mal aufwerten nimm wir tamium dafür oder plutonium wir können eigentlich auch plutonium nehmen wir haben so viel plutonium nimm mal plutonium wir haben es ja so und dann können wir auch gleich mal ausprobieren wie das sich verhält mit der mit dem verbrauch von plutonium ob wir da auch 200 mal pro pro schub brauchen oder ob wir da weniger brauchen aber ich denke wir brauchen weniger ressourcen es hätte ja sein können Es ist ja gut. So, da muss ich mich noch mal kurz aufladen. Wenn wir mal Energiekanister oder Thamium, nimm mal Thamium. So. Achso, Karibplatten. Ich muss schon wieder Karibplatten fertig. Wofür wir keinen Platz mehr haben. Warte mal, das könnten wir mal rüberschieben. Im Regal können wir rüberschieben. Schildsplitter, das können wir einmal dabei lassen. Und dann holen wir uns mal Karibplatten. Noch mehr Karibplatten. Ah. Das ist so langsam alles voll. Das finde ich so gar nicht so gut. So, aber dann kann ich wenigstens den Impulsantrieb reparieren. Und mit Eisen auffüllen. Aber ich glaube, hatte ich noch Eisen? Frischen Eisen habe ich noch. Ja, gut. Das ist auch doof. So, Thamium. Plutonium kann ich gar nicht mehr stacken. Ich kann sowieso nicht mehr so viel stacken. Das ist doof. Gag-Amulett. Emeril. Platin. Jetzt geht der Platz aus. Das ist, äh, warte mal. Ich glaube, das könnten wir mal wegschmeißen, weil Zink... Naja. Thamium. Schildsplitter nutzen wir mal. Hier gibt es ja auch sonst nichts zum Reparieren. Vier Karibplatten. Reicht der Platz? Ja, das sollte jetzt reichen. Sehr gut. Na. Ah, jetzt fällt natürlich noch direkt Eisen. Wir brauchen noch mal schon Eisen. Eisen. Ja, Rausche reparieren, das weiß ich. Schnarch. So. Oh, 300 Eisen. Sehr schön. Gut, damit sollten wir... Gut, damit haben wir natürlich... Äh, Eisen... Da muss ich ja einmal Eisen wegschmeißen. Das nutzt ja alles nichts. Obwohl, nee, warte mal. Wir könnten auch mal... Nee, wir machen das einfach so. Tag. Bäh. Moin. So, pass auf. Dann haben wir jetzt noch einen Platz. So. Das müsste es jetzt endlich sein. So, super. Alles gemacht. Dann können wir dich auch gleich mal aufladen. Plutonium. Plutonium. Eisen. Zack. Alles auf Max. Sehr schön. Sehr gut. Dann können wir gleich mal gucken, wie viel wir tatsächlich an Plutonium verballern. Da waren jetzt 200 drin. Das ist 100 bei 100%. Es müssten jetzt 200 also drin sein. 200 Einheiten. Schauen wir mal. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Ich muss ja einfach nur nach oben drücken. So. Und ich muss mich schon wieder an die Steuerung gewöhnen. Sehr schön. Siehst du mal, da haben wir auch schon wieder das ein weiteres Mal erreicht. Wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht noch mal irgendwas Schönes finden. Beziehungsweise vielleicht mal das ein oder andere Dörflein. Und scannen können wir ja auch mal. Da hinten können wir mal hinfliegen. Wie viel weit ist das weg? Eine Minute. Ja, siehst du. Da fliegen wir auch da mal hin. La 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 la. Da haben wir sogar eine Landeplattform. Sehr schön. Da landet er natürlich wieder mal nicht genau da. Das ist, das finde ich auch immer so ein bisschen blöde, dass man, wenn man das anvisiert. Warte mal, wir können mal kurz gucken, wie viel Energie der jetzt noch hat. 75%. Okay. 75% pro Start. Das heißt, 50. Okay, das hat also 50 verballert. Das hat also 50 Pektonium verballert. Ein Viertel. Ja, gut. Okay. Ich will jetzt hier aber mal, verdammt nochmal hier landen. Jetzt geht das auch. Sehr schön. Gut. Da können wir sonst vielleicht auch schon ein bisschen Emeril verkaufen. Da wir hier dann ja auch garantiert den einen oder anderen Außerirdischen treffen werden, passt das auch wunderbar. Ergiekanister. Plutonium. Holen wir alles. So. Temperatur stabilisiert sich. So. Was haben wir hier? Oh, das ist aber nett. Das sieht aber wirklich nett aus. Was hat die denn Schönes drauf? Die hat insgesamt acht Plätze. 48.000 Units. Da kommen wir, glaube ich, nicht ganz mit hin. 48.000. Acht Plätze, fünf Plätze. Das wären gleich drei Plätze mehr. Würde ich ganz gerne nehmen. Aber ich habe ja eben keine 48.000. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße. Das lehnen wir erst mal ab. Wir können mal gucken. Da können wir auch nichts an Geld verdienen. Hier können wir noch das Viech hochladen. Es gibt ja noch ein paar Units. Aber das war es dann auch. So. Das kriegen wir hier. Na, will er nicht? Will er nicht? Kann er nicht? Ja, da doch eben. So. Gesundheit auf Maximum. Guten Tag. Entität. Du Entität, du. Was hast du mir zu erzählen? Nichts, was ich im Entferntesten bis auf selten verstehen würde. Also, ich nehme mir näher, beginnt mich. Gewöhnliches Silikat geben. Ja. Bitte, bitte. So. Kriege ich was dafür? Flackert enttäuscht, stand er? Nein. Oh, zwei Wörter. Schick. So, dann gucken wir doch mal, was wir verkaufen können. Verkaufen. Ne, nicht kaufen. Ich wollte verkaufen. Anzugsinventor haben wir. Was könnte ich denn mal verkaufen? Hier weniger. Im Raumschiff haben wir Pugneum. Minus 1,4%. Neutrino-Modul. Neutrino-Modul. Ja gut. Würde ich doch ganz gerne verkaufen. Doch, verkaufen wir einfach mal. Wir brauchen ein bisschen Platz. Antrium kriegen wir, glaube ich, auch recht oft. Kovacs-Konvergenz sollte ich ja erstmal noch behalten. Hatte ich, glaube ich, gelesen. Ja, wir machen hier zwei Minus, aber komm. So, Neutrino verkaufen wir auch. Wir brauchen nämlich Platz. Das ist ganz wichtig. Bis wir dann erstmal die ersten Inventareplätze freigeschaltet haben. Platin können wir nochmal behalten. Oh, Imirid können wir verkaufen. Da haben wir auch plus 4,4%. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Krusenit, da habe ich gar nichts dabei. Ach nee, es ging ja auch nicht. 80.000, siehst du. Das reicht nämlich dann klar auf unsere neue Waffe. So, dann kaufen wir die nämlich für 48.000. Super. Akzeptieren. Mokvi. Achso, warte mal. Müssen wir gleich mal gucken, was das für ein... Was die für Eigenschaften hatte. Bergbaukampfverstärker. Intensivierer. Wird verstärkt, um das der Stimmung des Terras zu beschleunigen. Plus 2, die schlecht. Wird die nächste Stimmung des Terras zu beschleunigen. Ach, diesmal, okay. Das heißt, ich brauche noch ein Analysegerät. Brauche ich noch. Dafür habe ich auch noch genug Eisen. Das ist schick. Und verkehrt wäre der Blitzwerfer auch nicht. Den können wir da auch mal reinschmeißen. Dann würde ich das erstmal so lassen. So, du hast nichts weiter. Da haben wir schon... Da kommen wir raus. Ja, da können wir gleich da hinten nochmal gucken. Da kommen wir auf der anderen Seite sicherlich auch... Ach, nee, da kommen wir zum Schiff. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Plutonium mit. Wollen wir das aufmachen. Hallo. Achso, hier ist noch Technologie. Magazin-Täter. Blitzwerfer... Ah, okay. Okay, auch schön. Haben wir aber keinen Platz für. Brauchen wir jetzt ja auch noch nicht. Aber wir haben erstmal die Technologie gelernt. Das ist ja schon mal viel wert. So, dann gucken wir nochmal da drüben rein. Bevor es dann weiter geht. Da können wir auch nochmal gucken. Erstmal schauen wir hier rein. Okay. Was haben wir hier? Das ist auch nochmal ein Gerät. Der Gerät. Der Gerät sagt Gesundheit auf Maximum. Sehr schön. Beim Relais. Wie es scheint. Wenn ihr Verschließungsmuster knacken könnt. So, mal drei. Das müsste dann sicherlich mal vier sein. 720 war das, glaube ich, ne? Ja. War doch 720. Meine ich doch, dass ich mich da mal... Oh, guck mal. Wir kriegen was Rotes angezeigt. Das ist schick. Ich werde auch nie verstehen, warum er die Kameraführung so nach oben zieht. Ich meine, wenn man da jetzt so ein Kameraschwenk zum Ziel machen würde, so wie zum Ende jetzt hier, dann würde ich sagen, okay, das macht Sinn. Aber erst pusht er einen nach oben, dann kommt man wieder nach unten und dann sieht man erst, was los ist. Also, ich finde das ein bisschen affig. So, gut. Dann fliegen wir doch da mal hin. Was ist, haben wir in der... 2.15. 7 Minuten. Ich würde sagen, dann fliegen wir erst mal zu dem Fragezeichen. Achso, wir wollen ja so hin. Ich habe vielleicht das ganz vergessen. Wir sind hier raus, da rein und da müssen wir noch mal rein. und da müssen wir noch nicht. Also, wir brauchen einen kurz gucken, wie geht es hier noch? Ach, da ist noch einer. Guten Tag. Mal gucken, was hast du uns denn zu erzählen? Du möchtest. Korvax. Ungewöhnliches Isotop geben. 50 Thamium 9. Gib ich dir doch mal. Bitteschön. Strahl-Kühlmittelsystem Theta. Bergbaustrahl-Begleiteinheit. Auch nicht schlecht. Brauchen wir nur Aluminium für. Da kommen wir hinten nicht rein. Da haben wir gleich nochmal ein Rätsel. Da ist auch alles gut. Signal. Ach, okay. 8, 3, 9. Das heißt, der 8 müsste vorne stehen. Und dann 8, 3, 9. Dann ist es der. Position eines weit entfernten Autos. Achso, okay. Aber das ist das, was ich so meine. Und jetzt geht er wieder nach unten. Und jetzt zeigt er mir an, wo das ist. Ich meine, es ist auch so ein bisschen affig. Muss ich persönlich sagen. Ich finde das ein bisschen unsinnig. Aber macht ja nichts. Testobjekt Corvax ansehen ist 5. Dann mal wieder zurück zum Schiff, würde ich sagen. Und dann fliegen wir erst mal so die ganzen Sachen ab. Hier erst mal das Fragezeichen da hinten. In zwei Minuten. Dann fliegen wir da hin. Und dann fliegen wir vielleicht hin. Würde ich mal so sagen. Abgeschütztes Schiff. Das ist natürlich interessant. Wobei das natürlich auch schade ist, weil wir gerade erst unser Schiff hier repariert haben. Aber nun gut. Müssen wir mal gucken. Oh ja. Nun fliegt doch jetzt nicht ein 3 Kilometer weiter. Und wir landen wieder hier irgendwo auf so einem komischen Öl. Hier so auf so einem Dienstviech-Ding. Gehen wir da hin. So. Ah. Das sieht aber schon gar nicht verkehrt aus, das Schiff. Sieht so ein bisschen aus wie unser altes Schiff. Muss ich sagen. Und es scheinen Transporte zu sein. Sehr gut. Na gucken wir uns das Ding jetzt mal an. Oder? Gucken wir es mal hier rein. Wir gucken es mal hier rein. Notfallsystem ist er schon wieder aktualisiert. Als ich mir erklärt habe, ein Hologramm erscheint. Da da da. Der Pilot berichtet ruhig von seinem Hörnern in den Tod. Es sind Explosionen und Lärmbestimmungen und Metallzüchern. Das Hologramm verschwindet. Und man hat Blick auf den Aufbau von der Technologien. Nach transportierten Gütern suchen oder nach funktionierenden Technologien suchen. Ich ruche mal nach Gütern. Hochentwickelte Technologie. Ich scanne einen Bauplan und kann einiges davon nun selbst. Strahlaufprall. Theta zerstört Raumschiff und Asteroidenziele schneller. Funktioniert automatisch nach dem Bau. Im Raumschiff Inventaris sind Nutzer. Wirbelwürfel, Omegon und Kohlenstoff. So, dann gucken wir uns das Schiff mal an. Mal gucken. Wie heißt das Ding? Bubu Q. Totis. Oder keine Ahnung. 17 Plätze. Hyperantrieb hat er auch. Impuls ist... Ja, müsste ich natürlich alles wieder reparieren hier. Vergleichen. 16 Plätze, 17 Plätze. Ja... Die Frage ist... Strahlaufprall Sigma. Sigma Hyperantrieb hat er... Deflektor Schild... Ja gut, ich meine, er hat natürlich... Das ist das Geile. Da hat natürlich Deflektor Schild Sigma noch drin. Und... Äh... Ja, es ist... Vielleicht gar nicht so verkehrt. Objekte übertragen. Ich wollte mir das einfach mal rüberschmeißen. Zerlegen. Dafür kriegen wir noch Eisen wieder. Ja gut, das ist natürlich... Das ist natürlich ein bisschen schade. Da können wir nichts zerlegen. Da können wir auch nichts zerlegen. Ich glaube, wir nehmen das Schiff mal. Wir können uns ja so langsam mal nach oben friemeln. Aber dann nehmen wir erst mal das Schiff. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Weil da haben wir nämlich dann auch noch ein zusätzliches... Schild nehme ich noch mit drin. Nehmen wir es doch mal an. Schild deaktiviert. So. Dann nehmen wir das doch erst mal. So, wir sollen jetzt hier noch reparieren. Mal gucken, was wir hier noch reparieren können. Ja, ich weiß. Wir haben zum Glück noch Iridium da. Karitplatten Zink. Zink ist natürlich dann jetzt das Problem. Also müssen wir hier noch ein bisschen... Achso, okay. Ich wundere mich nur gerade. Nicht schon, alles gut, alles gut. So. Karitplatte brauchen wir Zink für. Aufladen. Das kriegen wir hin. So, das ist... Da brauchen wir Iridium, Karit. Iridium, Eisen. Karit. Iridium brauchen wir jetzt auf jeden Fall schon wieder. Okay. Dann gehen wir doch noch mal auf die Suche. Nach Iridium. Das ist ein Zink. Hier ist auch noch mal Technologie. La, 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 la. Ja, nee. Dann haben wir nämlich erst mal wieder ein anderes Schiff. Gut, wir haben jetzt nur einen Platz mehr oder so. Aber dann müssen wir dann mal gucken, ob wir das vielleicht, äh, die Kleinigkeit noch mal umbauen. Denn im Endeffekt werden wir sowieso nicht jeden einzelnen Platz brauchen. Und dann müssen wir auch mal sehen, dass wir zu besseren, größeren Schiffen kommen. So. Tamium nehmen wir natürlich auch mit. Tamium, Tamium, Tamium. Da hat er hat hier unten noch irgendwas angezeigt an Ressourcen. Das war nass. Ah! Unter uns hat er irgendwas angezeigt, aber... hat hier, da, ist auch noch jedermanns. なm. Imiril. Ah, ja, okay. Ja, gut. Aber Imiril brauchen wir ja nicht zwingend. So. Optionen. Steuerung. Wie war nochmal der Waffen-Waffen-Modus umstellen? Irgendwie habe ich hier einen kleinen Fehler in meinem Profil. Waffen-Modus ändern ist G. Okay. So. So. Ich brauche wieder mal hier Riridium. Das wird hier unten alles... ...alles kann Riridium sein. Viel Riridium. Da konnte ich... Gefahren. Gut. Gut. Brauche ich Handschuhe für. Ja, da müssen wir erstmal die Technologie natürlich finden. Und wir können schon wieder auf die Suche nach Riridium gehen. Ja, ist natürlich... Hätte ich gewusst, dass ich hier gleich noch ein Schiff finde, dann hätte ich natürlich mein altes Schiff oder beziehungsweise mein neues altes Schiff... Hätte ich natürlich dann nicht groß noch repariert, aber weißt du ja immer vorher nicht. Du weißt ja immer vorher nicht, was du nun gezeigt hast. Und so haben wir übrigens einen Platz mehr im Schiff. Warum nicht? Wir müssen früher oder später ja sowieso... ...uns noch ein größeres Schiff zulegen, damit wir dann auch wirklich mal richtig schön Material mal abbauen können und lagern können. Weil mir geht das immer auf den Senkel, wenn du dann jedes Mal irgendwas am Material liegen lassen musst, nur weil du zu wenig Platz hast. Aber es ist dann halt immer so. So, da ist hinten so mal Zink. Sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Tag. Da oben ist Zink und da ist Zink. Muss man es nochmal merken. Lopp. Tag nehmen wir natürlich auch mit. Zink nehmen wir mit. Ich sehe aber auf Distanz nicht so wirklich viel Heridium. Dann haben wir... Vielleicht sollte ich mal in die andere Richtung gehen. Mal gucken. Schaut es überhaupt aus, habe ich... Da habe ich Tamium. Ja, wir haben natürlich auch wieder keinen Platz irgendwie für andere Sachen. Wir haben da nur noch einen Platz. Zink. Ja, Zink brauche ich ja sowieso. Obwohl, im Riel können wir eigentlich auch wegschmeißen. Also, das macht insofern ja auch gar keinen Sinn. Können wir Plutonium... Können wir das stacken? Tamium stacken? Können wir... Können wir nicht. Okay. Plutonium haben wir. Das kommt, das schmeißen wir weg. Die Elfstücke, ob wir die Elfstücke nun haben oder pengen. Also, das ist dann auch egal. Eisen... Kanonenschaden. Müssen wir erstmal gucken. Kanonenschaden Sigma. Ja, das können wir noch behalten. Phasenstrahler muss ich jetzt nicht... Doch, naja, den behalten wir auf jeden Fall. Aber dieses Strahlaufprall, den können wir, glaube ich, auch mal wegschmeißen. Weil... Ich nutze, wenn dann eher den blauen. Und da ist Kanonenschaden schon wesentlich interessanter. Reflektorschild ist natürlich auch interessant. Brauchen wir Karitplatten und Iridium für... Da brauchen wir auch Iridium für... Da brauchen wir nur noch Karitplatten, ein bisschen Iridium. Zink haben wir dafür schon voll, das ist gut. Und es fehlt dann eben noch ein klein wenig. Ein klein wenig Iridium. Ja, das ist Iridium. Der hat mich ja hingesprengt. Das dürfte alles da unten auch Iridium sein. Ja, gut, Iridium haben sie so ein bisschen ausgedünnt. Und ein Glück sind wir nicht im Survival-Modus, weil das ist ja nun... Da kannst du dich ja wirklich dort suchen. Dann können wir auch noch mal ein kleines... Ein kleines Bild machen, oder? Machen wir mal ein kleines Bild. So, Fotomodus. Ich finde das so blöde, dass man das nicht mit Shortcut irgendwie... Oder warte mal, vielleicht kann man das mit Shortcut hier auslösen. Flugsteuerung. Vorwärts bewegen. Taschenlampe. Blablabla. Dass man sowas nicht... Schnellmenü. Baumenü. Waffenmodus ändern. Nachladen. Granate. Boost. Abfeuern. Waffenmodus ändern. Scan. Impulse. Galaktische Karte. Ich verstehe nicht, warum man hier jedes Mal den Fotomodus... Warum sie das nicht so gemacht haben, dass man da auch eine Tastenkombination oder sowas drücken muss. Das wäre eigentlich optimal gewesen. Finde ich jetzt zumindest. Weil dann musst du nicht immer hier in diese Menü rein. Da kannst du hier wenigstens mal ein bisschen vernünftig gucken. Aber nein, du musst jedes Mal... Du musst jedes Mal in das Menü rein. Du musst jedes Mal in das Menü rein. aufladen, Taschenlampe navigieren. Na ja. Gut, dann schauen wir den Fotomodus wieder aus. So. Gut. Dann müssen wir mal sehen, dass wir tatsächlich irgendwo hier... und finden das noch das andere Schiff. Schade, dass wir das so jetzt nicht auseinandernehmen können. Das würde, glaube ich, auch ein ganzes Wesen bringen. Einmal quer angeguckt. Vielleicht finden wir hier ja auf Sicht irgendwo hier. Hier wohin ist 22 Minuten weg zu Fuß. Also da laufen wir besser nicht so eben mal hin. Dann machen wir jetzt nur Heridium. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als so ein bisschen durch die Botanik zu laufen und vielleicht hier irgendwo Heridium selber zu entdecken. Wir können hier oben nochmal auf den Berg rauf. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und in der nächsten Folge werde ich dann nochmal sehen, dass ich den Heridium finde, dass wir dann nochmal das neue Schiff reparieren können. Wie gesagt, hätte ich gewusst, dass wir so frühzeitig ein neues Schiff bekommen, dann hätte ich dann auch was anderes gesucht, beziehungsweise dann hätte ich das andere Schiff gar nicht erst repariert und hätte dann mir die Materialien für das neue Schiff dann halt aufgespart. Aber woher willst du es halt wissen? Woher willst du es halt wissen? Manchmal findet man so ein Schiff, manchmal eben halt nicht. Manchmal findest du was anderes. Und naja, es wird auch wieder Tag. Insofern würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal ins GAL wieder. Macht's gut. Tschüss!